Hallo und herzlich willkommen bei Plants vs. Zombies Teil 2. Wir sehen, hier ist der Schatz Yeti. Und ich will natürlich mal einmal gucken, wie das Ganze funktioniert mit dem Schatz Yeti. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Ich hoffe, er lädt jetzt ganz schnell. Wir reisen noch durch die Zeit hier entsprechend. Komm, komm, sei lieb. Lade endlich. Okay, Schatz Yeti ist wohl in diesem Level 1-3 hier. Ähm, Spezialereignis, Schatz Yeti. Ein Schatz Yeti ist in diesem Level aufgetaucht. Erledige ihn, bevor er wieder verschwindet und heimse den Schatz ein. Okay, wir probieren's. Ich bin gespannt. Also, da oben ist er. Gut, dann machen wir mal einmal unsere schöne Kombination wieder. Ähm, den Drachen möchte ich eigentlich auch noch mit reinnehmen. So, dann haben wir das. Okay, und ab geht's. Komm. Gut, wir machen wieder hinten unsere Reihe mit den entsprechenden Sonnern. So, klappt's. Okay, jetzt kommen sie. Ich brauch noch einen. Komm, eine Sonne noch. Dankeschön. So, den bauen wir auch noch hin. Und da unten kommt schon der nächste Klasse. Ich brauch mehr Sonne. Okay, hat geklappt soweit. Dann können wir wieder ein bisschen auf Sonnen gehen. Nein, und jetzt kommen sie auf zwei Ebenen. Und dieser Pharao-Meister ist natürlich sehr, sehr eklig. Deswegen nehme ich den als ersten jetzt hier entsprechend. So, kommt noch einen. Den nehmen wir noch. Na, wir sollten ihn noch. Dankeschön. Oh, da kommen zwei mit Schutz. Aber es sollte noch irgendwie klappen, oder? Ja, klappt soweit. Okay. Brains. So, jetzt kommen sie auf der Lane auch noch. Na, wirst du mir wohl meinen lassen hier. Muss ich den einen hier noch schützen? Ne, hat geklappt. Okay. Da unten kommen sehr, sehr viele. Deswegen machen wir da vielleicht auch noch einen entsprechenden Schutz hin. Okay, sieht alles noch sehr gut aus. Wo bleibt der Yeti? Hier machen wir noch einen Schutz hin. Ich könnte auch einmal jetzt hier mal die Drachenmauer. Entsprechend. Jawohl. Na, wirst du wohl hier? Okay, jetzt können wir einmal angreifen. Komm. Dankeschön. Da ist ein Schössling. Und da kommt der Yeti. Nein, das war genau der Falsche. Oh, ich will die... Oh, ich will die... Ja, ich weiß, dass sie zusammen nachladen müssen. Oh, da frisst einer. Komm. Dankeschön. So. Jetzt schnappt er sich die Sonne. So, meine Drachen... Nein, ich wollte die Drachenpflanze hinstellen. Okay. Jetzt wird es gerade ein bisschen arg hektisch hier. So, hier oben noch. Den Yeti haben wir soweit geschafft. Na, blöder Pharao. Ich bin da echt heute Morgen noch ein bisschen zu langsam. Aber sieht bisher eigentlich recht gut aus. So, haben wir geschafft, oder? Ja, wir müssen nur noch hier... Hoshi. Na? Und wir haben ihn geschafft. Yeti Level 1, 3 erledigt. Und dafür gibt es einen großen Haufen Geld. Ja, das war Yeti Level 1, 3. Packe dein Geschenk aus. Na, nur Gold? Really? Okay, das war unser Schatz Yeti Level 1, 3. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich werde noch schnell meinen Sprössling setzen. Na? Klappt. Und den packen wir einfach hier entsprechend hin. Nein, ich will keine Pflanzen kaufen. Aber vielleicht schicken wir Bini hier noch. Noch ein bisschen hin. Okay, das war's. Wir sehen uns dann morgen. Und bis dann. Ciao, ciao.